So, da habe ich immer wieder. Okay, jetzt haben wir hier. Flamian! Gibt's da was für uns? 999. Oh, wie cool! Ich fürchte schon, eure Hoheit kommt! Ich kann auch nicht. Bootseini-Mittelspringer. Hui! Schaut schon geil aus! Komm, lauf schneller! Mein Freund! Oh, da sind die Lautstücke. Okay, bei uns da! Ich muss ihnen helfen! Oh, wie Teere! Was geht! Ah, ne, meinst du, was der gerade davor gesagt hat? Nein, das ist meine Pflicht! Boah! Wo war denn das? Ja! Okay. Hier ist aber ziemlich langsam. Aber lass drauf mal so! Ich hab' ich vorhin noch gesehen! Sie haben gelacht! Ein Sandwicher Soldat! aber warum greifen sie an ich muss zu meinem vater küche erst mal ein wanzvoll hauen ich bin ein wundervoll, ich bin ein wundervoll ich bin ein wundervoll woa muss ich das alles auf tun die Kuhl wir sind dazu geübt Monnwickle ließen die es bieten der oben. Ich würde sagen, das ist schon richtig gut gemacht. Jetzt nichts. So ist es eigentlich... Alter, warum rostet es so schnell? Habt ihr die Waffen nicht gepflegt? Freiheit. Ja, nicht getroffen, Volga. Oh, der andere, der zückt immer gleich mal drei Wiedel. Der hat's drauf. Mal lang. Dolo. So gut geht's gleich. Verdammt! Die Wunden sind tief! Ich kann ihn retten! Eu, eure Hoheit, ich... Keine Sorge, ihr werdet wieder gesund. Ich halte sie auf. Ja, ja, und du gib nur mal ein bisschen Geister. Höchst du... Oh... Ich komme durch, dank seiner Hoheit. Euer Gnaden, Lord Murdoch. Ihr habt den Prinzen gerettet. Vortrefflich, Wade. Das werde ich nicht vergessen. Danke, Majestät. Wir müssen weg hier. Lasst uns schnell zum Hintertor. Joi, Hauptor. Da wird es zunehmend ungemütlicher. Könnte ich wieder Clive spielen? Oh, Hedwig! Hallo, Polarfunks. Liegt erstmal wieder das Spiel Gothic? Oh, ich habe Gothic ehrlich gesagt nie gespielt. Deswegen... Keine Ahnung. Am besten zum Nordtor. Zu den Schokobo-Stellen. Vater, bring Joshua in Sicherheit. Nein, ich gehe nicht ohne dich. Du bist doch mein Schild, oder? Das bin ich. Deshalb halte ich die Feinde hier auf, damit du entkommst. Ich schicke euch die Verbindungen drucken. Ich schicke euch die Verbindungen drucken. Geht jetzt. Du bist meine Pflicht. Erfüll du deine Pflicht. Ähm... Die Demo, die ist rein auf der Playstation. Kostet 25 Cent, meine ich. Aber dafür soll es dann auch eine Post-Stunde gehen. Und Demo ist... Der komplette Prolog. Du kannst dann quasi, wenn du die Vollversion kaufst, deinen Spielstand von der Demo in Vollversion übertragen. Ja genau. Weil bei Final Fantasy 7. Wir sind wieder gleich voll. Der ist der Flink. Leck um hier. Ich schicke euch. Oh, ich lebe es ja noch. Ich muss ihn gehen, oder? Sind wir zu spät? Sind alle schon tot? Hallo, ich weiß. Ich hoffe, ich habe uns nicht so richtig ausgeschmerzt. Das Gemächtnis des Phönix. Oh, muss ich lang. Oh, ne? Auch schaut so gut aus. Ich finde es ein bisschen... ...dunkel ist. Konno weiß auch, dass so an mir liegt, weil es uns so blöd erscheint. Oh, ne? Oh, ne? Kennt sich, äh, ist euch? Das ist ja cool. Oh, der klettert über Tische. Geil. Oh, ne? 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 Aber es ist ja ferns. Oh, ne? Jetzt geht's hier erst mal aufs Maul, meine Freunde. Ich bring einfach mal alles um. Bring! Oh Gott! Hey, verlieh ich hier. Wo ist was für ein Astrologe? Das wäre geschafft. Bist du verletzt? Na, wo geht die? Oh, nicht so sehr, nicht Pop-Glosen. Gehen wir zurück. Final Fantasy-Trip-Talksauce. Ja, genau. Oh, der war uns. Oh, das ist jetzt was für ein Astrologe. Ich ordere euch zum Kampf. Ein kaiserlicher Tragoon. Oh, bist du also ein Feld mit dem Segen des Vernex? Ja. Tragoon der blendenden Morgenröte. Legends of Tragoon ist noch dabei. Für das Station 1. Reilo. Ewa, vielen Dank für deinem Follow. So, danke, danke und willkommen in der Community. Oh, vielen Dank. Polarfuchs für einmal Teamnetz und vielen Dank. Auch Iwas für Teamnetz. Für Teamnetz. Oh, nein, mein Kunstkunden drin. Halt schnell, verdammt! Betracht. Nee, ich bin schon in Erwin. Ich bin schon in Erwin. Ich bin schon in Erwin. Oh. Ich bin schon in Erwin. Der hat sogar Netz wieder hier. Du hast ihn! Jetzt, Clive! Erledige ihn! Nicht gleich hin! Ech! Bunter Übertrennung! Christy, andere Seite! Oh! Hey, du willst Superdrengchen bitte! Gib ihm! Hm, bis nötig du! Vielen Dank, dass du so stark bist! Ich bin jetzt mal ruhig! Hallo, Pascal! Mahlzeit! Ah! Ist er tot? Ich denke schon! Ja, endlich! Also haben sie ihre Dragoons auf uns gehetzt! Kaiserliche Schlangen! Wollen sie uns etwa erobern? Naja, Spaß! Wenn sie uns nötig greifen! Noch recht! Dafür sind es zu wenige! Das ist keine Invasion! Das ist ein Anschlag! Mehr können wir nicht tun! Zurück zu meinem Vater! Clive! Sieh her! Diese Scherpen wurden gestern verteilt! In Rosalith! Wenn sie schon unter uns waren! Und das nicht alle sind! Vater und Joshua sind in Gefahr! Oh oh! Oh oh! Nix gut! Was ist das? Obi-Wan! Bist du's? Nö! Vielleicht eher Anything? Hm?